Ihre Zahnärzte in Buchholz heißen Sie herzlich willkommen. In unserer hochmodernen Praxis kümmert sich ein freundliches Team aus fünf Ärzten und 38 Mitarbeitern verantwortlich um ihr Wohl, ihre Zahngesundheit und die Ästhetik ihrer Zähne. Mit fortschrittlichen Behandlungsmethoden schaffen wir auf geräumiger Praxisfläche starke Lösungen. Wo immer es uns möglich ist, führen wir Kariesbehandlungen minimalinvasiv durch, ohne zu bohren. Intensive Zahnreinigung durch qualifiziert ausgebildete Prophylaxe-Mitarbeiter sorgt für gesundes Zahnfleisch und ein schönes Lächeln. Parodontitis behandeln wir zum Beispiel schonend mit Laser oder photodynamischer Therapie und erstellen ihren individuellen Prophylaxe-Plan für optimale Mundhygiene. Wir diagnostizieren, messen und therapieren Mundgeruch, damit Sie entspannt ausatmen können. Wer schnarcht, gefährdet seine Gesundheit. Das muss nicht sein. Für angenehme Nachtruhe sorgt eine individuell angepasste Protrusionsschiene. Neuartige Hightech-Geräte ermöglichen eine dreidimensionale Diagnostik und den Einsatz von leistungsstarkem Ultraschall beim Setzen von Implantaten. Unter einem Dach vereinen wir Zahngesundheit mit Prophylaxe und OP-Zentrum und das Dentallabor, in dem wir Zahnersatz anfertigen. Wir sind für Ihre Zahngesundheit und Ihr Wohlbefinden da. Vertrauen Sie uns!